Wenn es filmtechnisch immer schwer ist, die Größe von etwas festzuhalten, sei vielleicht dazugesagt, jeder dieser Wurzelbereiche, da konnte mich ich praktisch dahinter verstecken. Aber ich bin halt auch schlank, muss ich schon dazusagen. Aber es würde sich ausgehen, so dick ist es. Das heißt, insgesamt konnte ich mich hinter dem Baum mindestens viermal verstecken. Und das ist eben eine Rotbuche. Und ich werde echt das jetzt versuchen zum Einfangen, was ich da gerade sehe. Es ist ja wirklich eine mächtige Pflanze oder ein mächtiger Baum, die Rotbuche. Es ist gerade Blattaustrieb, man sieht da noch durch. Und der Stamm ist wirklich beträchtlich mächtig.